moin moin hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play the secret of monkey island nach einer kleinen unterbrechung aus gesundheitlichen gründen aber ja wo waren wir denn beim letzten mal stehen geblieben irgendwie war es hier doch einmal dringend hier aber die faule bande die nichts machen will kanone was haben wir denn alles im inventar muss jetzt nicht erst mal wieder so gucken was sache ist und was wir vielleicht machen müssen ich hätte vielleicht noch mal die letzte folge selbst reingucken sollen da muss ich auch erst mal wieder dran gewöhnt untersuchen haben mich schon etwas mitgemacht nichts spezielles ok das ist nämlich so die große frage was brauchen wir denn was brauchen wir denn wir haben auf jeden fall lange stück sei wir haben das wir haben zimtstangen wir haben einen treuen topf den wir wieder erzählen wahrscheinlich irgendwo benutzen können benutze kurde damit benutze lange stück seil mit kanone doch funktioniert geht geht zu kanone da können wir noch nichts machen wir könnten jetzt teore wir haben auch den topf wieder unseren treuen topf können wir den benutzen benutze okay 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 nur wenn es wirklich sein muss wird er ihn benutzen alles klar und flammen mehr mit runter okay da fehlt glaube ich noch schießpulver hatten wir hier irgendwo schießpulver da luke geht zu luke das wird jetzt lustig so hatten wir noch schießpulver lalala hatten wir hier schießpulver lalala guck mal was das in den fest an drin das sind die als in die als in die oh cool doch da haben wir schießpulver so da ja jetzt aber schießpulver kann man mehr nehmen nein nehmen soll es warum ging das gerade so abnimmt okay du hast genug gut haben wir noch irgendwas hier ja ja geh bitte wieder hoch zack wieder hoch guti so das heißt jetzt haben wir schießpulver ne lunte dann können wir doch bestimmt ein bisschen was mit machen gibt sie rede schießpulver untersuche öffne benutze schießpulver mit kann oder das ist kein platz für das spiel was hier zu kann nun wahrscheinlich und zack und jetzt muss ich aufpassen sie nicht ausversehen raus drücke weil da hinten ist ja auch insel die 100 mark wert okay geht zur kanonenrohr haben wir denn da jetzt schon reingetan ja haben war alles klar das heißt benutze lunte damit ich habe jetzt im bösen verdacht dass ich jetzt schnell sein muss jawohl es klappt rein mit uns soll die faule bande doch da bleiben okay jetzt sind wir in teil 3 cool monge alle unter monkey island und unser hallo arsch brennt hallo ja du mich auch ja raus haben kann ich super der verfreut sich ja hallo hilf für mal ja du du da hallo hallo hilf für mal mein arschbrennt hallo hallo ich kann nichts wollen hallo ich kann was tun ich würde mich raus sagen ach ne so hei 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 so au Banane was haben wir denn hier jetzt alles untersuche tief dark Verzüglich. Es ist gelb. Sie sehen, sie sind fast bereit, vom Baum fallen. Notiz an der öffentlichen Begründung. Es wird eine Begründung am Wochenende, um die rechne Begründung des Heiligen Monkehens von der Geistpirate LeChuck zu diskutieren. Und der subsequent Impact auf der Umwelt und der Touristenkrise. Cool! Alle Monkehenskannibale sind gezwungen, um zu beten. Okay, können wir das auch mitnehmen? Ach, du lässt es lieber hier, alles klar. Was können wir denn mit dem Ruderputter anfangen? Das ist auch so die Sea Monkey. Na gut. Dann gucken wir uns hier mal am Strand weiter um. Hm? Aber wirklich, was sehen wir jetzt nicht? Hm. Das sind einige luscious looking Banane. Ja. Schlimme Banane. Oh, dass wir jetzt auch mal was, wenn ich nur schon wieder richtig essen könnte, wäre das noch schöner. Ja, nee. Keine Ahnung. Dann gehen wir doch mal in den Dschungel. Deep. Dark. Ja, 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 ja. Falsch gedrückt. Sorry! Rein damit. Da ist Affe! Affe! Hallo Affe! Äh, blab, 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 blab. Kann ich mir dir irgendwas anstellen? Ich habe hier, ja, ich hätte da vielleicht, äh, blab, 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 blab. An meine, an Affe? An Affe? Und du? Das war's irgendwie. Ah, jetzt läuft er uns hinterher! Wir haben ein neues Crewmitglied, yeah! Ähm. Hallo, Gaia. Ich hab keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Der Affe bleibt dort. Vieh, Vieh ist. Jetzt haben wir die Banane verschwendet. Warte mal, da waren doch gerade die Geier. Die Geier und Geibrasch. Ja. Ah, okay. Hier sind wir jetzt im Pool, da sind wir. Flussgabelung. Ist zumindest etwas, was wir anklicken können. Und haben wir hier irgendwas zum Untersuchen? Einen Damm. Verdammt nochmal. Wahrscheinlich war Jean-Claude van Damm hier. Oh Gott, jetzt war ich echt sauer. Ah, eine Notiz. Moment. Moment. So, nimm. Well, check out this note while I'm at it. It's printed on letterhead. To the ghost pirate Lechok. We must ask you once again to curtail your nightly activities in the sacred monkey head area. Decent people are trying to sleep. Kindly keep the noise level down. The monkey island cannibals. P.S. We saw you taking that woman with the scarf down there. To the monkey island cannibals. Please stop moving this. Bitte nicht mehr. It is delicately balanced. Herman Toothrod. Okay. What the fuck, was ist denn das? Primitives Kunstwerk. It's either an incisive representation of the futility of man or it's a log in a couple of rocks. Können wir das mal ben... Genau, ziehen wir mal dran. Okay, das geht sogar. Schiebe. Ah, weiter geht's nicht. Okay. Das heißt, jetzt müssen wir vielleicht ziehen, 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 ziehen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hiermit machen soll. Es ähnelt einen Katapult, möchte ich mal sagen. So, das heißt, schiebe. Ich habe doch gerade gesagt, schieben sollst du. Schiebe. Dann zieh wieder. Meine Güte, dann zieh. Zieh, zieh. Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Können wir da irgendwo drauf gehen und runter hüpfen und dann kabumms? Dü, 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 dü. Jetzt stimmt, was haben wir denn hier jetzt schönes? Ah! Bemerkenswerter Stein. Benutze. Memos. Okay, Memos haben wir auch. Das klappt nicht, alles klar. Hätte ja auch mal einfach sein können. Ah, so, das war das. Alles klar. Ah, jetzt liest er doch nicht alles dahin. Ich würde dich wieder fragen, dass du deine nützlichen Aktivitäten in der zirkelten Monkehead-Area hast. Dezente Leute versuchen, zu schlafen. Zudem schiebe das Geräusch-Level auf. Die Monke Island-Kannibals. P.S. Wir sehen, dass du die Frau mit dem Schaaf in der Mitte genommen hast. Das scheint nicht zu funktionieren. Dann nicht. Plattform. Oh, da hinten ist eine Plattform. Gucken wir uns die mal an. Ähm. Geh zu Felsbrocken. Untersuche. Hier sind ganz viele Felsen und irgendwie sieht das hier so schön nach Muster aus. Ach, gucken wir an, wer da ist. Ah, ich bin niemals auf dieser Sicht. Selbst wenn ich es seit 20 Jahren schon seit 20 Jahren habe. Selbst wenn es die einzige Sicht auf der Island. Ja, die Aussicht ist wirklich schön. Das stimmt, mich kümmert es wenig. Lassen Sie mich allein, bitte. Ja, es ist ein schönes Bild. Wir wollen natürlich nett sein, ne? Wir sind ja ein netter Pirat. Dahinsprechend. Okay, warum? Okay. Felsbrocken? Okay, da hat also jemand absichtlich einen Felsen gelassen. Können wir den benutzen? Das scheint nicht zu funktionieren. Mal schieben. Ähm. Ähm. Wow. Look like it hit the big banana tree on the beach. Ähm. What? Look at the odds against that are incredible. Ich glaube, wir können nur noch ein paar Bananen einsammeln. What the fuck? What the fuck? Ich bin... Ich... Keine Ahnung. Wo geht es hier? Guck mal da. Da. Genau. Weg nach unten. Ähm. Da liegt wieder die Notiz. Wo ging es hier? Weg nach unten weiter? Äh. Okay. Keine Ahnung. Anscheinend habe ich gerade... Anscheinend habe ich gerade irgendwas zufällig richtig gemacht. Ich weiß nur nicht was. So. Äh. Wo geht es hier? Da. Da. Dschungel. Okay. Bananen. So. Dann gehen wir wieder runter. So. Sturland. Der kleine Arfe freut sich auch wieder. Tatsache. Bananen. So. Schiebe. Untersuche. Öffne. Benutze. Nimm. Guck mal, das Feld nochmal machen. Cool. Jetzt haben wir zwei Bananen. Äh. Und du? Ich hab keine Ahnung. Untersuchen wir einfach mal den Dschungel weiter. Oh. Hier sind wir. Die Spalte. Äh. Da sind Paddel. Die brauchen wir doch bestimmt. Und wie komm ich jetzt da dran? Achtung. Ja. So. Kräftiger Baumstum. Was haben wir denn alles? Äh. Ja. Vielleicht unser kleiner Affenfreund. Ich glaube, hier kann man noch nicht sehr viel machen. Okay. Das ist also eine Spalte. So eine alte Spalte. So. So. Vielleicht müssten wir wirklich den Affen eine Banane geben. Wer wäre denn da mit hingekommen, das Stück? Ausgetrocknetes Flussbett. Gut. Ja. Da kann man noch irgendwie nix machen. Teich. Äh. Okay. Ach ja, schon wieder. Ja. Mhm. Hahaha. What happened to him? Oh. Nasty accident. He was trying to put up a swing. Are you some kind of a castaway? What do I look like? The caretaker? Ha. Listen to this guy. Am I some kind of castaway? Ha. Hahaha. Uh. I thought this island was uninhabited. Well, you thought wrong. My name's Toothrot. Herman Toothrot. I live here. Well, not right here. In the fort on the volcano. We can't fall. Okay. You think I stay here from my health? Hoho, boy! Äh. Ja, it's all up. Dann untersuchen wir nochmal schnell diese Notiz. Und dann nochmal durch. To the monkey island cannibals. I don't mind you warshiping in front of the sacred monkey island which doubles as my home and secret base of operations. But could you please refrain from leaving messy sacrifices on my porch? Also, please do not enter the monkey head. G.P. LeChuck. Okay, super. Wir kriegen auf jeden Fall einige Hinweise. Und der hat doch da auch noch was Schönes in den Seilen. Why don't you say anything special about it? Ja, dann nimm doch das Seil mal hin. Vielleicht können wir mit ihm auch reden. Nimm sein. That doesn't seem to work. Mist, 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 Mist. He doesn't look good. Ja, nicht so wirklich. Ich weiß noch nicht, wie war das mit den Damm anstellen. Vielleicht müssen wir dann auch irgendwie mit dem Katapult da. Aber, keine Ahnung, was sein wird oder wie auch immer, das erfahren wir beim nächsten Mal. So, ich hau jetzt gleich diese Folge hier, glaube ich, ins Rendern rein. Beziehungsweise einen kurzen Blick auf die Uhr. Eine geht vielleicht noch, aber damit ihr heute auch wieder Monkey Island zu sehen bekommt. In dem Sinne, vielen Dank für seinen Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.